Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, der Schlafanzug ist an Niedlichkeit nicht zu übertreffen. Der Stoff ist schön weich und es sitzt perfekt. Ich habe ihn eine Nummer größer gekauft, weil ich denke ein Schlaf wiederfrohig weiter und nummerlicher sein. Die Beine fallen etwas länger aus, was ich ebenfalls positiv finde, denn lieber etwas zu lang als zu kurz. Das sieht dann auch doof aus. Bisher habe ich ihn 3x gewaschen und es hat sich nichts an der Größe verändert. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.